Ihr werdet relativ schnell merken, dass ich mir heute ein bisschen schwer tue. Und es wird nicht so das typische Kopfhörer wie sonst, und das sind ja schon nicht ganz so typische, aber es gibt ungefähr so eineinhalb Gründe, würde ich sagen, dass ich heute nicht ganz den Nerv eben auf das Normale habe. Und das liegt einerseits daran, an dem halben Grund eben, dass die Sennheiser HD800S und auch die HD820 beide schon, die vielleicht noch nicht ganz so sehr, ein Weilchen auf dem Markt sind. Und deutlich, würde ich mal sagen, erfahrenere Leute mit dem deutlich audiophileren, anspruchsvolleren Wortschatz haben schon im Prinzip alles dazu gesagt, was gesagt werden muss. Und der Wortschatz ist so Teil des zweiten Grundes, also des einen vollen Grundes, wieso ich mir heute ein bisschen schwer tue. Denn wenn ich Kopfhörer teste, gerade in der Preisklasse, also 1600 Euro hier und 2400 Euro hier, habe ich schon in der Vergangenheit gesagt, suche ich nichts Neutrales, nichts super audiophiles, analytisches oder so weiter. Gerade in der Preisklasse will ich was, was mit meinem eigenen Charakter daherkommt und auch bei mir Emotionen auslöst. Und dann kann ich eben das, dass ich den Wortschatz nicht habe, ein bisschen ausbügeln, indem ich so ein bisschen mehr Herzblut mit mir bringe und das durch Emotionen versuche zu erklären, was ich empfinde bei so einem Kopfhörer. Aber bei beiden hier, muss ich sagen, empfinde ich leider nicht ganz so viel. Die können das bei mir nicht auslösen. Allerdings muss ich auch klarstellen, die sind beide sehr teuer. Und natürlich sind sie sehr gut. Und deswegen alles, was ich so eher bemängeln werde, ist auf diesem Level zu sehen. Also nicht mit einem 300-400 Euro Kopfhörer vergleichbar, sondern eben auf 1500 Euro und so weiter Kopfhörern vergleichbar. Das wird allerdings, weil es ja meine Art ist, sich eher negativ anhören. Aber ich denke mal, gerade die Leute, die so die Erfahrung haben, gerade in dieser Klasse, in diesem Metier, die wissen schon eher, wie man das deuten kann. Denn Leute, die jetzt diesen Test sehen, die definitiv deutlich günstigere Kopfhörer sonst nutzen, die denken, die Dinger sind Schrott. Das ist absolut nicht der Fall. Es sind, das möchte ich von Anfang an klarstellen, absolut nicht meine Art Kopfhörer, was eben damit zu tun hat, dass ich mir halt ein bisschen schwerer tue. Aber eben auch mit dem Preis. Denn ich muss sagen, ich finde sie beide trotzdem, ja ich muss schon sagen, auf der überteurteren Seite. Denn die HD800S kosten 1600 Euro. Was es aber im Prinzip ist, ist ein HD800 eben, ja so leicht abgeändert, aber eben auch gefixt. Denn der 800er sehen viele zumindest als defekt in einer Art, dass eben die Höhen sehr, sehr schrill sind und ein paar andere Dränge. Die wurden hier behoben. Allerdings eben haben auch gerade die Leute, die den als defekt gesehen haben, das mit einem Mod bei dem HD800 schon beheben können. Allerdings kostet der knappe 1300 Euro. Und Sennheiser verlangt im Prinzip für ein Fix 300 Euro extra, was ich der Meinung bin, in einer Revision hätte schon drin sein sollen. Denn wer will sich heutzutage noch einen defekten 800 kaufen, wenn er nicht gleich den haben will. Aber vielleicht eben, wenn man den HD800 billiger bekommt, um ihn selber zu melden. Die Leute, die das nicht machen wollen, die haben eben das, sagen wir mal so, auf die Art rund um Sorglos-Baket. Der 820 ist im Prinzip, wir haben versucht, den HD800S als geschlossenen darzustellen. Das hat meiner Meinung nach ein bisschen suboptimal geklappt. Aber ich würde sagen, wir kommen erst noch mal kurz zu dem ganzen Drumherum. Nicht zu den Schachteln, denen sie drin waren. Das ist meiner Meinung nach weniger wichtig. Aber was relativ wichtig sein sollte, ist zumindest mal die Erwähnung des Kabels. Ich glaube, das sind proprietäre Anschlüsse. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Oder lasst es bitte auch. Sind nicht ganz zu meinen Dingen, weil eben nicht ganz so leicht vielleicht auszutauschbar. Oder wenn ihr eben schon alternative Kabel habt, eben mit XLR oder so weiter, könnt ihr die halt nicht nutzen. Aber das Kabel selbst von der Qualität ist gut. Auch der Anschluss schön groß. Aber es hat so ein bisschen Gartenschlauch-Feeling. Also es ist für mich nicht so der Premium-Kopfhörer mit dem Kabel auch. Also das ist mir ein bisschen zu unflexibel. Aber es tut seinen Job. Das ist alles schon okay. Aber wenn ich schon gerade eben Premium erwähne und auch das mit dem Kopfhörer wechsle. Ich muss halt sagen, dafür, dass sie so teuer sind, sind sie schon top verarbeitet. Also da kann ich nichts bemängeln. Also gute Materialien. Natürlich Plastik, aber wahrscheinlich sehr gutes, langhaltendes Plastik und so weiter. Aber das löst jetzt für mich nicht so dieses 2.000 Euro extra noble Feeling. Das habe ich allerdings auch bei den Mr. Speakers E4 2 schon gesagt. Denn die haben auch über 2.000 Euro gekostet. Das sagte ich auch so, fehlt mir ein bisschen. Oder bei den 1.600 Euro denen. Aber wenn ich mir das genauso ansehe, hat es da gepasst. Aber hier, aufgrund der Anmutung mit dem vielen Plastik und so weiter, wirkt es halt nicht ganz so hochwertig, was es schon ist. Design, muss ich allerdings sagen, wirkt auf den ersten Blick relativ groß. Aber ich muss sagen, es wirkt imposant und definitiv auch sehr eigensichartig. Ich finde auch die Kopfhörer-Verstellung schön. Wobei ich hier immer noch gerne eine Beschriftung hätte. Aber das ist so mein Ding. Ihr könnt sie nicht wirklich allzu sehr bewegen. Und das war so anfangs für mich ein Problem, wenn ich sie auf Messen mal kurz getestet habe. Die wirkten sehr, sehr unflexibel. Die saßen bei mir nie so richtig. Allerdings hat sich das relativ schnell, ja, total ins Gegenteil geändert. Aber dazu komme ich dann später noch. Ansonsten hier der offene eben. Die Anschlüsse. Also wirklich viel zeigen muss ich hier nicht. Die Polsterung ist nicht wirklich dick, aber schön weich. Die Ohrmuscheln sind absolut genial, wenn ich schon zu denen komme. Ihr habt einen mega gigantisch großen Ausschnitt, der eben gerade hier hinten auch noch, ich hoffe mal, das sieht man, noch deutlich tiefer wird. Also wer hier mit den Ohren irgendwo anliegt, ja, tut mir leid für dich. Aber dann wird es auch mit anderen Kopfhörern schwer. Denn ich hatte hier so viel Platz wie selten irgendwo. Und das ist schon top gelöst. Und das bringt mich jetzt schon zu dem Komfort. Denn auf Messen fand ich es anfangs immer so ein bisschen komisch, weil die so ihre feste Position hatten. Also die haben sich meiner Meinung nach nie wirklich an den Kopf angepasst. Aber wenn man die Größe vor allem richtig einstellt, dann muss ich sagen, und das hat man eben auch vielleicht auf dem Podcast gesehen, den ich mit Marc von Miniklangwunder letztens hatte, da hatte ich die zweieinhalb Stunden auf. So haben allerdings, glaube ich, die geschlossen, wegen der Abschirmung. Und ich habe es so selten rumgemacht an meinem Kopf, weil ich bin ja schon so leicht, hier bin ich ein bisschen, ich will nicht sagen spastisch veranlagt, aber ja, teilweise diese Tuckung und so weiter. Und bei denen habe ich so nahezu nie dran rummachen müssen. Denn das, was anfangs so ein bisschen vorgegeben wirkt, ist das, was genau passt. Also die sind, muss ich sagen, auch relativ dezent. Also die stehen nicht wirklich so sehr hier weit ab. Hier ist es auch alles dezent. Dieser Bügel halt, aber ich verstehe den Sinn und Zweck. Da sind die 820er ein bisschen bulliger. Also ihr seht schon, die stehen ein bisschen mehr ab, sind ein bisschen dicker. Und hier sind auch beide relativ groß. Aber ich muss sagen, also ich weiß gar nicht genau das Gewicht, aber die wirken gerade auf dem Kopf, die 800S, super leicht, super komfortabel. Das hier oben spielt keine Rolle. Der Anpressdruck ist definitiv eher, ja, schwach gewählt. Denn ich muss sagen, was ich mit denen nicht machen kann, ist mich einfach im Sessel zurücklehnen, ohne dass die mir runterrutschen würden. Aber es ist auf sehr, sehr lange Zeit ein super bequemer Kopfhörer. Das muss ich einfach so sagen, was ich halt anfangs nicht gedacht hätte. Denn ich dachte immer so, wirkt so ein bisschen vorgegeben. Und man vergisst den jetzt nicht direkt auf dem Kopf. Also gerade, weil man halt das Kopfball spürt vom Gewicht, weil es drauf liegt und so. Aber also das, was ich Platz ums Ohr habe und das ist echt top. Und man kann sie halt besonders gut vergessen, die HD800S, wenn, weil sie eben, weil sie offen sind. Weil bei den 820ern, muss eben erwähnt werden, die blocken nach außen. Also ich würde sagen, wie sie allerdings blocken, ist ein bisschen einzigartig. Denn die blocken meiner Meinung nach das komplette Frequenzspektrum gleichmäßig ab. Also es gibt viele Kopfhörer, die blocken relativ viel Höhen ab. Und dann die Mitte vielleicht nicht ganz so sehr oder den Bass. Aber die hier, das Ganze, vielleicht jetzt nicht so extrem, aber dafür sehr, sehr durchgehend. Also das hat definitiv was. Auch die sind sehr bequem, aber nicht auf dem Level der HD800S. Die wirken ein bisschen klobiger, ein bisschen schwerer, was sie natürlich auch sind. Aber irgendwie ist da der Sitz nicht ganz so gut. Wobei ich sagen muss, auch die Polster zum Beispiel, weil hier haben wir ja nur dieses Velour-artige bei den HD800S, ist es im Prinzip innen, nahezu das gleiche, allerdings Außenleder wegen auch dem Abschließen und so weiter. Und die Polster sind auf jeden Fall super bequem. Also in der Hinsicht, muss ich sagen, haben sie mich extrem positiv überzeugt. Ansonsten Isolierung, wie schon gesagt, hier gar nichts. Bei denen, habe ich das schon erwähnt, wäre dann vielleicht das Powering zu erwähnen. Und da muss ich sagen, sie brauchen gar nicht wirklich so viel Power direkt, um die Leistung oder die Lautstärke rüberzubringen, aber sie brauchen Dampf dahinter, damit das auch gut klingt. Denn ich habe es zum Beispiel mit dem Alpha X-Cent probiert. Und auch wenn ich relativ laut höre, wobei ich hier noch klarstellen möchte, weil viele Leute denken, ich blase mir das Hirn raus mit der hohen Lautstärke. Ich höre diese hohen Lautstärke nicht lange. Das mache ich vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde am Stück. Ansonsten fahre ich deutlich niedrigere Pegel oder habe einfach deutlich öfter Pausen dazwischen. Also meine Ohren sind noch okay, für mein Alter noch relativ. Ich würde sogar sagen, nein, mein Arzt zumindest sagt immer bei den Tests überdurchschnittlich gut. Aber egal, vergessen wir das Thema jetzt mal. Und da muss ich sagen, das schaffe ich mit dem Alpha X-Cent auf Rot. Ich glaube gerade so ein Level. Ich könnte auch ein Level tiefer. Habe allerdings auch da Reserv. Aber was mir da aufgefallen ist, der Klang sehr, sehr angestrengt. Und da war es einfach nicht wirklich ein Klanggefühl. Also das mir so wirklich Spaß bereitet hat. Mit meinem NFB 1128 war dann die Power dahinter. Dann klang auch schon deutlich entspannter. Wobei es kein direkt entspannter Kopfhörer ist. Aber möchte ich einfach so nochmal kurz erwähnen. Also das bringt mich jetzt im Prinzip schon zu... Ne, kurz zur Einschätzung wie dem Amp. Sehr, sehr viele, denke ich mal, kaufen den HDV 800 oder den HDV 820. Den habe ich auch schon getestet. Die sollen ja sehr, sehr gut mit denen harmonieren. Ich denke mal, das ist auch so der Fallweise ja mit dem Prinzip entwickelt worden. Ich hatte den jetzt nicht gleichzeitig da. Aber ein hochwertiger Kopfhörer-Verstärker macht hier definitiv Sinn. Aber allein schon vom Preis, wenn man schon so viel ausgibt. Okay, Soundstage. Kommen wir kurz zu dem. Und ich werde jetzt ab und zu mal meine Notizen ablesen. Einfach damit ich mal nicht so komplett vom Rad abkomme. Vom Rad stimmt sowieso nicht. So, Bühne. Also ich habe geschrieben. Und die ganzen Notizen sind jetzt auf den HD 800S ausgelegt. Und wenn was zum HD 820 zu sagen wäre, komme ich dann dazu noch. Aber da habe ich zum Beispiel geschrieben, schön weit und offen, teils fast zu heftig. Also ich meine schon fast zu heftig groß. Sehr umhüllend und das Gegenteil von dem Team. Also ich muss sagen, die haben eine Hammer-Soundstage, wenn man auf sowas steht, mit einer extrem offenen, weiten Bühne. Und das ist zum Beispiel auch gerade bei Spielen aufgefallen. Noch nie in Spielen habe ich ein so heftig, natürliches Feeling gehabt, dass ich im Spiel drin war. Und dass ich nicht in einer virtuellen Welt war. Das klang so beeindruckend. Das Imaging. Also ich konnte es so präzise lokalisieren. Und da hat mich zum Beispiel einer gefragt, ob ich nicht bei dem HD 800S-Test eben erwähnen könnte, wie der im Vergleich zu anderen Kopfhörern ist, beim Ordner und beim Spielen. Also ich muss sagen, das ist, also ich würde sagen, also definitiv von denen, die ich getestet habe, der beste fürs Zocken geeignete offene Kopfhörer. Und der HD 820 dann eben geschlossene, wenn man das sucht. Also diese mega weite Bühne. Und die hat auch der HD 820. Aber man spürt immer noch, dass obwohl er ja offener, ja so empfunden werden will, aber es ist noch ein geschlossener. Aber auch da super Lokalisierung, super Imaging, super offene Bühne. Also das haben beide eben auf dem extremst höchsten Niveau absolut hinbekommen. Aber hier wirkt das eben deutlich natürlicher nochmal. Okay, beim Gesang müsste ich kurz sagen, also er wird schön ausgeklammert, aber er kommt nicht wirklich nach vorne. Also deswegen habe ich auch geschrieben, er wirkt leiser. Das wirkt schon relativ distanziert. Da bin ich nicht so der größte Fan. Ich mag eigentlich Gesang eher intimer. Das ist hier definitiv das Gegenteil. Deswegen habe ich auch geschrieben, eher für Fans von Instrumenten, da Gesang stark umringt wird von den Instrumenten. Ist allerdings dann eben auch vielleicht eine Sache, die vielen gefällt. Dynamik, er braucht definitiv Lautstärke, ein bisschen Laune zu machen und diese Dynamik ein bisschen rüber zu bringen. Aber für die ganze Brandbreite. Aber ansonsten passt es. Und wie schon gesagt, der hier, und der hier vergeschlossen. Das auf jeden Fall. So, Sound Signatur. Da habe ich geschrieben, sehr flach, teils fast dünn. Ja, ich komme dazu gleich noch. Dann mitten gehen, leicht unter dem Rest. Das auf jeden Fall. Und bei den HD800 Extremen. Die wirken durch das wirklich, ja schon fast, lag of mids, also das, ja, das Fehlen von mitten so sehr, sehr tot. Oder als ob es, als ob es 800 S sein wollen, die eingeschlafen sind. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich komme dazu noch. Ähm, definitiv stark angehoben, hell und viel zu scharf sind die Höhen. Die Balance ist stark, Geschmackssache. Also sie sind definitiv nicht flach, aber definitiv auch nicht Mainstream. Also ich würde eher schon sagen, basstechnisch kalt und höhentechnisch hell. Das passt am besten eigentlich. Und deswegen ist es allerdings auch für welche, die das absolut geil finden. Wobei ich auch sagen muss, dass er so ganz dezent, auch bei der Soundbühne ist es hörbar, leicht künstlich klingt. Also dieser Riesenhall, also diese Halle oder diese Bühne, klingt meiner Meinung nach so ganz dezent. Und das soll jetzt nicht falsch verstehen werden, nach so einem 7.1 Fake-Surround-Sound, wo ich ja nicht ganz so mag. Nur halt in echt, aber kann ich nicht unbedingt erklären. Okay, kommen wir kurz zum Bass. Da steht bei mir Subbass noch nicht viel Präsenz, fast so dezent für Spaß. Auflösung, ja gut, aber schwach akzentuiert und der Punch ist gut. Also wenn ihr den Bass ein bisschen boostet, wird es besser, aber ich bewerte das jetzt einfach mal standardmäßig und im Subbass war da nicht ganz so die Vehemenz dahinter. Er spielt zwar relativ gut weit runter, aber für basslastige Musik ist es meiner Meinung nach einfach nichts und für Spaß auch nicht direkt. Also das ist ein, wenn schon definitiv eher neutraler, flacher, ein analytischer, wenn es um den Bass geht. Also so sehe ich das zumindest. Könnt ihr mich gerne auch korrigieren. Der HD820 bringt dann schon ein bisschen mehr Pepp, der spielt ein bisschen tiefer, gefühlt zumindest, ist ein bisschen akzentuierter im Bass, ist in den Höhen bei Weitem nicht so schrill, ein bisschen dumpfer, aber hat eben auch leider nicht die Mitten dazu. Also das ist so die Sache. Ansonsten habe ich geschrieben, bei den Mitten, ja, Gesang, was bei mir so extrem wichtig ist, ist die Gesangsbühne, das sage ich auch immer bei Lautsprechern, also der Körper hier und der ist definitiv eher weniger. Das fällt jetzt bei Frauen noch nicht ganz so sehr auf, aber bei Männern schon eher. Also es könnte einfach voller sein. Es könnte meiner Meinung nach ein bisschen akzentuierter, ein bisschen fokussierter sein. Das ist dezent im Hintergrund, aber es gibt eben auch Leute, die das mögen. Und ich denke mal, gerade mit der Art Musik, die ich höre, die ich also nicht fürs Test nutze, abgesehen davon, ja, ja. Ansonsten aber Klarheit, also er ist super clean, das sind beide, das kommt auch zu den Höhen jetzt zu kommen, also zur Gute. Extrem clean, extrem sauber, da habe ich immer ein bisschen ein Problem zu erklären, wie das ist, aber es wäre so, wenn ihr zum Beispiel einen günstigeren Kopfhörer habt, dann klingt das für mich eher so, als ob da im Hintergrund einfach sehr, sehr viel abgeht, aber ihr nicht wirklich einzelne Akzente merkt. Also ihr merkt es nicht. Okay, Drums, okay, Gitarre, das klingt so alles wie so ein bisschen Brei und das ist eben das absolute Gegenteil von, also das hat auf jeden Fall was. Ansonsten, sie gehen sehr weit nach oben, sie gehen sehr weit. Die hier, ich würde sagen, fast einen Tacken. Also ich möchte nicht wissen, weil ja die 800S sollen ja schon gefixte 800er sein, die ja noch schriller sein sollen, möchte ich nicht wissen, wie die klingen. Also ich finde schon die 800S teilweise ein bisschen zu viel, ein bisschen sibilant nicht direkt, aber auch ja, und aber sehr anstrengend auf Dauer. Also lange kann ich die nicht wirklich genießen, außer mit bestimmter Musik. Also da müsste ich sagen, aber sehr luftig, sehr offen, sehr breit. Super Detailgrad. Also was ihr hier an Details reingeschossen bekommt, in euer Trommelfeld ist es nicht, aber in eurem Gehörgang, wow, also das ist schon top. Ansonsten für welche Musik, ja, also Metal, also ich höre ja sehr viel Melodic Death Metal, Metal Chor, auch Alternative Rock und so. Alternative Rock geht schon eh, aber Heavy Metal konnte ich hier nicht. Also dafür, ich mag es ja eigentlich nicht, ich mag, viele Leute sagen ja gerade bei Heavy Metal, die mögen sehr, sehr Basslastig, sehr, sehr voll und warm. Will ich jetzt gar nicht unbedingt, aber das ist mir ein bisschen zu sehr, das Gegenteil davon. Es ist schon halt zu kalt, zu kalt, aber Geschmackssache. Bei Pop passt es schon deutlich besser, gerade wenn ihr sehr, sehr gut abgemischten Pop habt, sehr, sehr gut ausbalancierten Pop, da wissen sie definitiv, deutlich besser zu überzeugen und während es nicht die Mitten, gefällt mir der 800 einfach, der 820 einfach besser, weil er eben diese Balance in die beiden Richtungen, der ist halt definitiv eher Badewanne geführt, also shaped, weil der hat eben mehr Bass, der hat eben, wobei mehr Höhen ja, aber deutlich smoother. Also der hier hat halt nur weniger Bass und deutlich mehr Höhen, aber dafür sind die Mitten halt noch da. Wäre das so eine Mischung aus beiden? Wobei, die perfekte Mischung sieht bei mir anders aus, so der komme ich dann noch. Ansonsten, Bassmusik, also von meiner Seite aus würde ich sagen, nein. Deswegen ist auch nicht so ein guter Runder, aber woran wirklich zugute kommt, also akustische Musik, Balladen, klassisch, A Cappella und so weiter, also da, da ist er top für da. Und ich denke mal, so eher die Kundschaft hier, die will, die will ja auch genau das, also passt. Ansonsten, ja, Prost und Kontrast, habe ich mir jetzt eigentlich weggelassen, weil ich die nicht beenden konnte damals noch, aber, ja, Konkurrenztechnik, was gibt es zu sagen? Also geschlossen, wenn ihr im Prinzip das komplette Gegenteil von denen haben wollt, allerdings auch günstiger, so bei 1500 Euro, 1600 Euro, die Denon, die 9200, die ich getestet habe, also Spaßkopfhörer pur, super knackiger, fester Bass, aber allerdings auch die Höhen, wirklich super schön offen, fast schon schrill für manche, also das war so das, bei dem hier würde ich so fast schon den IFA 2 erwähnen, bei dem offenen, wobei mir dann der IFA einfach ein bisschen gefälliger ist, der ist dann schon eher allrounder, der ist dann schon, ein bisschen zu heftig, halt so abgestimmt, wie ich es nicht mag, deswegen wie schon gesagt, da habe ich so das Problem, einfach warme zu werden, weil ich habe die jetzt so lange gehört und auch gemocht und im Vergleich zu anderen, wenn ich switche und so weiter, aber so dieses, dieses Oha-Effekt oder dieses, ja, langsam gefällt es mir, das ist einfach so ein bisschen ausgeblieben, so, ja, Vorteile, kommen wir mal zu denen, also wie schon gesagt, die Materialien sind jetzt vielleicht nicht die edelsten, aber die Verarbeitung ist auf jeden Fall sehr gut, Komfort, erstklassig, also wenn ich damals gesagt habe, das hat mir nicht so gefallen, muss ich jetzt sagen, bitte Sennheiser, baut sowas in der Art, allerdings eben eher mit einer Signatur von dem 660S oder sagen wir mal so in der 500 Euro Klasse, was was eher 660S abgestimmt ist, allerdings dann mit dem Chassis hier, also mit diesem Komfort, wahnsinnig gut, also das gefällt mir top, riesig viel Platz in den Ohrmuscheln, ohne dass sie allerdings wirklich hin und her rutschen, außer wenn ich mich nach hinten lehne, Anpressdruck ist super lang, zeittauglich Komfort, Wahnsinn, auch offen, top, geschlossen eben, mit einer guten Isolierung, das passt auf jeden Fall, wer die braucht, ansonsten, ja, auf jeden Fall, riesen plus, die Bühne, die Bühne ist definitiv, also diese weite, offene, Imaging geprägte Bühne, ist definitiv das Highlight, und Detailgrad, mitten bei dem, mitten nicht bei dem, also wenn wir dann schon zu den Nachteilen kommen, also Kabel, nicht ganz so mein Ding, ein bisschen anspruchsvoller, wenn es um den Amp geht, und dann halt klanglich, also die Signatur, also das kann ich nicht als negativ werden, die Signatur ist einfach nicht mein Ding, aber ich finde es, für alle, die es nicht super neutral und analytisch wollen, vom Bass hier einfach ein bisschen zu dezent, hier schon eher passend, allerdings haben wir dann eben das Gegenteil bei den Mitten, die Mitten hier gefallen mir wirklich sehr gut, wobei halt leicht nach hinten gedrungen, aber qualitativ wirklich absolut top, sind die hier halt so dezent, so leblos, da fehlt mir so einfach dieses, lebhaft, wenn man nicht versteht, was ich meine, und ja, das ist so ein bisschen das Ding, Höhen allerdings bei beiden wieder super, wenn auch hier ein bisschen super anstrengender, hier ein bisschen smoother, also wenn ihr, wenn ihr eher einer seid, der wächst flach, neutral, analytisch, detailversessen, ohne Ende mit einer wahnsinns, auch sehr, sehr realistischen Bühne, wenn ihr gerade bei den HD800 so dieses Feeling habt, das sind nicht direkt Kopfhörer, weil ihr hört nicht direkt den Klang von hier, also hier komm, er kommt einfach von irgendwo, also das ist auf jeden Fall top, so und wenn ich jetzt den Preis-Leistung einschätzen wollen würde, also ich habe es zum Beispiel hier im Fazit geschrieben, ich sagte mal bei 1100 Euro, 1100 Euro plus, ich will nichts Flaches, da will ich was mit Charakter, der ist ja definitiv der Fall, das ist ja definitiv der Fall, aber halt nicht den Charakter, den ich suche, aber das macht ihn eben auch für den Kopfhörer, für bestimmte Leute, weil gerade die Leute, die wahrscheinlich das Gegenteil von dem suchen, was ich suche, die werden hier wahrscheinlich eben super happy und qualitativ ist ja wirklich alles top, also ich rede jetzt Verarbeitungs- und Design-Klangtechnisch, ja, technisch, aber auch klangtechnisch, also, ja, ich glaube, ich bin dem Kopfhörer, was er dann doch kann, mit diesem Test so nicht gerecht geworden, wie schon gesagt, da habe ich ein bisschen Probleme, der hier hätte das Potenzial gehabt, weil er eigentlich von der Abstimmung mir besser gefällt, wie der wäre, da nicht dieses bisschen komische in den Mitten, deswegen muss ich sagen, also, bei dem verstehe ich es, dass den Leute lieben, dass sie das Geld bereit sind zu zahlen, absolut, auch wenn er teuer ist, aber bei dem HD-820, da tue ich mir das schwer, in der Preislasse gibt es genauso detaillierte, allerdings welche, die eben diese Mitten-Probleme nicht haben, vielleicht Dezentere, also gerade hier die IFA zu erwähnen, wobei die halt offen sind, aber die Zweier, ja, also, ich sage mal so, ja, Empfehlung, wenn, wenn das, nach meiner ja ein bisschen dilettantischen Erklärung, das ist, nach was ihr sucht, auf dem Level, durchaus das Passende, oder ihr nehmt den HD-800 und moddet ihn, den hier, ja, den kann ich nicht ganz so, nicht, kann ich nicht, also, das ist viel zu teuer, der müsste schon deutlich günstiger sein, und, es gibt einfach, es gibt einfach sehr, sehr viele, die das auch können, und ich muss einfach sagen, oft auch besser. So, jetzt noch kurz zu meinem Traum-Sennheiser, im Prinzip, hier nichts mehr dran verändern, das Kabel, bitte schön verändern, und dann klang-signatur-technisch, würde ich mal sagen, Bühne von dem hier, mit einer Signatur, so irgendwo zwischen 660 und 600, also da irgendwie, eine gute Balance finden, aber das Intime von dem 660, also 660 eher schon, mit dem Design, bisschen flacher vielleicht, bisschen neutral abgestimmt, als der 660, also ein bisschen breitere Bühne, also die Bühne muss jetzt nicht, 800S breit sein, aber sie sollte auch nicht, 5,8X oder 660 schmal sein, aber, so eine Mischung aus dem, und das, so unter 1000, yes, please, aber, ja, Video ist deutlich länger geworden, eigentlich dachte ich, ich serviere das so in 10 Minuten ab, aber, ja, bitte erwähnt, nicht in dem Test, dass ich nicht objektiv war, ich behaupte nicht, es gewesen zu sein, aber, ja, es ist, das muss ich zugeben, aber das hat letztens einer gemeint, wenn ein Kopfhörer nicht meiner Signatur entspricht, kommt der nicht so gut weg, und das habe ich mittlerweile allerdings eingesehen, deswegen sage ich euch, also, sie haben definitiv ein bisschen schwereren Halt, oder Fuß fassen können, weil sie halt so weit weg sind, von dem, was ich will, also die waren tendenziell schon da, und ich glaube auch, wenn man jetzt vielleicht, ich glaube, es gibt andere Pets für, habe ich gehört, von Daconi, die ihn wärmer machen sollen, die ihn smoother machen sollen, und da fehlt wirklich, und das möchte ich nochmal hervorstechen, es fehlt nicht viel, dass er dem eher entspricht, was ich mag, oder wo ich sagen könnte, oh, das gefällt mir auch, weil es ist bei mir nicht einfach so, ich will extrem viel Bass, ich will extrem viel Höhen, oder ich will irgendwas, es ist bei mir nur, die Balance muss passen, und da fehlt teilweise echt nur ein bisschen mehr, also, weil, das ist zum Beispiel vergleichbar noch am ehesten, mit einem, mit einem DT 880, mit dem 600 Ohm, von der Signatur, also, einer meinte, die wären extrem ähnlich, also, bühntechnisch ist der nochmal natürlich einiges voraus, der DT kostet ja auch einiges weniger, aber, so grob von der Abstimmung, ja, und der hat ja auch nicht extrem viel Bass, und für Leute, die das haben wollen, das kriegt ihr hier einfach nochmal alles auf einem höheren Level, deswegen, ja, wenn sich, bei Dynamics da ein bisschen anstrengend, dann könnten die da eher konkurrent sind, der Liga mit Bingen, aber, wie schon gesagt, da fehlt echt nicht viel, so ein bisschen akzentrierte Bass, so ein bisschen dezentere Höhen, oder ein bisschen intimer, weil ich mag es eher so, und dann wäre das schon was, deswegen, ich rede mir im Kopf und Kragen, ich sag nur, ich hoffe, es hat euch irgendwas ausgesagt, was euch irgendwie geholfen hat, falls ihr denn überlegt habt, ja, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao. Toi. werden wir einstellen, meine Metapоду nicht das sind, ymStart MEo. haben alligator